Er will beim Kacken Glück haben, hast du das gehört? ...kriegsgefangenen Lagerfest. Das Gelände ist von Sicherheitstürmen gesäumt, die von Droiden verteidigt werden. Jeder Durchbruch wird Alarm auslösen. Ich übermittle euch die Koordinaten des Lagers und die Codes, um den Turmalarm zu deaktivieren. Ihr könnt sie nutzen oder nicht. Sollen wir wirklich einem Sith Lord bauen? Kamperem Ganyambadiyam. Was so? Manikikum Bokam. Was ist mit dir jetzt los? Er handelt aus Eigeninteresse. Er hasst Darth Aho mehr, als er uns hasst. Sieht doch süß. Hör auf zu lachen. Er hat einen Kacken Glück gehabt. Er hat einen Kacken Glück gehabt. Er hat einen Kacken Glück gehabt. Ich lacht halt nur, weil du lachst. Ich lache halt nur, weil du lachst. Ich lache halt nur, weil du lachst. Ich 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 lachst. vor Tränen. Das ist nicht mehr normal. Ey, wann habe ich das letzte Mal so herzlich gelacht? Ich lachst. Ohhhh. Das ist so süß. Kecki, kecki. Oh Gott. Ich heul. Oh das tut schon weh. Oh, das tut schon weh. Ich kann nicht mehr, das tut weh. Ich muss hier erstmal raus, ich seh die Pratze dort. Oh Gott, meine Ohren sind schon wieder Klitschers vor Tränen. Mir tut schon die Brust voll lachen weh und ich schwitze wie ein Schwein gerade. Ach warte mal, ich weiß warum ich das nicht austauschen kann, ich hab meine Hotbar unten gesperrt. Hilfe, ey, das war, puh, ich hab schon ewig nicht mehr so herzlich gelacht. So, jetzt kommen wir! Hahahaha